herzlich willkommen zurück zu rainbow six siege und hallo nico hallo david wir spielen noch einmal herford basis so warte mal wo war das denn jetzt gerade was denn die sind unten die sind unten im keller ja alles klar gar nicht okay ich habe mich hart verschaut ach ja wenn alle raptoren solche ohren haben das ist ein typ direkt an der treppe läuft die formel schießt sich ins bein oh gott die treppe ist auf der anderen seite auf die kameras auf irgendwo hängt ja ich weiß nicht wo ja die hängt da hinten machst du die ja ne ne ich hab da ist er kaputt gut und er fällt groß geht dann ich hier durch füßen nachdem ich bin ja ich bin der zermalz oder dann will ich die eigentlich nicht und ich bin jetzt zu mal alles klar ich habe an man könnte sich nicht durch die decke sprengen bin ich der meinung aber ich weiß nicht wo ist hier keine luken und wird geballert auf der ja halte ich mal fern ich bin in den kapkan ding ja ich wollte nichts sagen um die damage zu ersparen aber es ist okay das passiert ich habe die chance gesehen dass ich einen kill warum war ich das ja das kenne ich leider die gier ist größer als alles andere okay drei gegen eins ich habe den kapkan gerade entschärft möchte ich mal ganz kurz erwähnen da könnt ihr ihn bitte alle mal loben er wurde verfolgt oder sie wurde verfolgt ne er wurde verfolgt kapkan dann wird die folge wohl david loben heißen ja hashtag davor hashtag ist ganz wichtig sonst ist man nicht cool ja ja hashtag aber eigentlich ne danke ich muss mir ein schluck wasser trinken sonst quatsch ich mir den mund fusselig das ist nimmst du jetzt rook ne puls alles klar rook ist mir die verantwortung zu groß weil ich besten auslegen muss wow wow ja das ist ne quatsch ich mag rook eigentlich aber puls mag ich auch so rüstung liegt hier hat er gut gemacht mach das die luke da oben einer welche die links oben in diesem raum warte guck mal ob ich die die da versuch's mal markier die mal nochmal bitte soll ich sie nochmal markieren warte kurz ja mach ich ok hier müsste die leute sein hier ja hier ist hinten im eck ja ich hab's gut das ist wichtig dass die da nicht runter kommen jep gut gedacht so die fischaugen erstmal ausrichten so da kommen die herren voll hui da sind sie alle am wuseln auf meine höhe da ist auch einer so wo kommen die typen ah ja gute frage krass scheiße hinter mir ging die wand auf da kam der glatzenmann durch das ist da wo ich war auf der endetage über euch kommt der so gut da rein ich markier mal jemanden da oh zetscher granate was sind die denn ich weiß nicht ich stehe hier nichts leute wo seid ihr da kommt einer durch die wand der glatzenmann da oben nein jetzt nicht mehr ist er kaputt geschossen wie was nein ich wollte den stachel dran nicht aufhärmen ok warte hier ist ich mach hier mal jemanden da er ist bei dir im raum glaube ich oder ja da ist er er ist rechts reingelang ja genau da ist er immer noch da warte ich markiere da hinter den tonnen jetzt kann ich dir nicht mehr helfen jawoll hab ich so läuft halt hier bei uns ist da noch einer ne ich sehe er hat die kamera kaputt geschossen achso das gute fischauge warte ich markier noch jemanden hier sieht aus wie fius na kamera kaputt so ein fischauge ne zwei fischauge habe ich noch gucken der ist sicher schon links zu mir ok ja ich sehe hier nichts aber es ist ok doch hier oben ging was auf ach ne da kommt Oma durch ja das schafft er ja geht klar komm schon ich bin überhaupt kein freund dieser dieser offensiv taktik als defensiver ja manchmal muss es aber sein ne aber ja aber ich habe es zu oft erlebt dass du dann so hart auf die Presse kriegst ja und vor allem ähm müssen die gegner ja so oder so wenn die nur noch ein paar sekunden haben kommen der ist gleich im raum ja wenigstens habe ich kill assist gekriegt das ist halt ne sache wo die viele leute nicht bedenken wenn die in der defensive aggressiv werden damit der gegner ja sowieso kommen muss ne das ist ja im prinzip hat er ja sowieso verloren so ich nehme jetzt mal hm den Glatzenmann die Fleischmütze auf gehts Ash weil dein Sledge schon weggepickt wird du hättest doch was sagen können ich hätte dir den liebend gern überlassen den Fleischmützenmann das erinnert mich hast du Witcher gespielt? Witcher 3? ne ich hab äh jetzt die Game of the Year Edition vorbestellt ja äh ne ich hab ja ähm Blood and Wine am Samstag beendet boah großartig großartig ich würde nicht spoilern ne ne das ist kein Spoiler und da kriegst du am Ende ähm nochmal für so ne kleine Quest ne so ne Maske um äh was zu sammeln und sie sieht genauso oder fast genauso aus wie die Maske von Slash warte kurz die sind auf der Ebene wo ich naja du siehst ja meine Kamera nicht ne ach da hast du sie ok also ich hab mir gesagt ich hab gedacht so ja eigentlich müsste man Witcher mal spielen hab ich gesehen so ja als grad im Angebot weil ich glaub nächsten Monat die Game of the Year Edition rauskommt ne mit den Addons mit den beiden Addons oder sind sie schon drei mittlerweile? ne ne zwei ne zwei sind's es bleiben auch zwei ja ja dann hab ich gedacht so ja eigentlich müsste man Witcher sowieso mal spielen dann hab ich gedacht so ja komm dann kannst du die Chance die Gelingheit mal ergreifen dann kaufst du's halt ist ihr die dumm? also mir wurde schon versichert dass Witcher 3 auf jeden Fall kein Fehlkauf ist nein absolut nicht ich hab mittlerweile 170 180 Stunden und es ist es ist so großartig ok also ich ich hab jetzt äh ich bin ja mehr so endlich mehr so endlich der Fallout Mensch so dieses Endzeit soix soll ich mal aufmachen? oh scheiße jetzt hab ich ah Mist ah jetzt hab ich's reingeschmissen ist egal ähm weil für Fallout 4 kann man jetzt auch mit dem DLC raus ne? ich weiß nicht jetzt spielst du Fallout 4? ne ne? ne ich hab ich muss erstmal Fallout 3 machen ah ne ich kann ja gar nicht aufmachen wir haben Thatcher da nicht wo bist du denn? warum stehen wir hier? ich bin hinter dir warum stehen wir hier verdammte Scheiße Thatcher? äh wer? Thermite meinst du? Thermite ja ja die Drohne kann er hier nicht verwenden ok dann würde ich sagen wir gehen von oben rein oder? ja ich bin grad schon dabei hier sauber hier sauber? also als erstes ist es sauber der Glatzenmann kommt warte ich bin noch am überprüfen so da hinten ist hinten wo da hinten ist sauber warte kurz irgendwo ne Luke wo ich durch kann? äh ich glaub hier in dem Raum ist eine hier hier komm mal ja ich warte auf dich bis du hier bist ja ich komm mir nach und sicher von hinten jep ok so ich klopf mal an mit dem Hammer moin so mal gucken ich weiß nicht ich schmeiß meine Drohne runter ich hab ja noch zwei stück du deckst mich da ganz kurz ne? ja ich bin an der Treppe gut oh mensch ich hab gedeckt also ich muss ja ehrlich sagen also dafür dass ich nichts gemacht habe diese Runde außer mit zweimal mit dem Hammer auf die Wände hauen war ganz cool krasses krasses Gameplay von uns ja also super wieder auf höchstem Niveau mhm dann bedanken wir uns fürs Zuschauen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann tschüss ja danke und tschüss tschüss wir kommen